Moin moin und da sind wir wieder zurück bei Guild Wars 2 und ab geht es mit uns in die Instanz Passiert So, trefft Burham und Kenna vor der Festung Auch Burham zählt da nicht als Mensch, weil er in Ordnung ist Kommandeur, Kenna versucht den Sprengstoff hinter ihre Front zu schmuggeln Er glaubt, er wäre wieder bei der glänzenden Klinge Alleine habe ich es nicht bis zum Tor geschafft Was ist mit den Türmen? Was ist mit ihnen? Da ist unsere Chance Das ist unser Moment, Leute Treten wir Jokos Vordertür ein Wer ist dabei? Ja, uh So, kommt euch bis zum Tor vor Jo, da macht das So, primär auf, ob wir hier Luftunterstützung von Owen oder nicht Macht bestimmt, die hat ja sonst nichts zu tun Aber ich glaube, ich glaube nicht, wenn ihr die Leute in die Klinge kommt Ich glaube, ich glaube nicht, wenn ihr die Leute in die Klinge kommt Schmerz für Schmerz Da müssen sie schon hat er geschlagen Die Stärke des Rudels Erfrischungs Unsere erweckten Freunde sind verstreut Ich schlage vor, wir gehen rein, bevor sie sich sammeln Ihr habt hier drei Erfolge gehabt, ne? Ja Ja Das hört euch alle Provokationen Jokos an Geht alle Laserfallen in der Mondfestung Und verteidigt keine Erfolgreich während er die Bombe weniger als 6 Minuten scharf macht Okay Dann wissen wir ja noch was da auf und zu kommt Schauen wir mal ob wir das schaffen Geht einmal, dass man sie auslöst Ein Erfolg, dass man alle auslöst Oder dass man gar keine auslöst So, wenn man alle haben will, muss man vielleicht dreimal auslösen Aber Ich sehe jetzt gerade nur, dass wir sie nicht auslösen Ja Ja, der Erfolg sieht auch erst aus, wenn du Wenn die erste ausgelöst hast, weil dann ist der erste ja weg Jetzt müssen wir ihn wahrscheinlich verteidigen Nämlich der dritte Erfolg Gut Ding will Weile haben, mein Front Sagt denen das mal Wir sind bei euch, Kommandeur Die Staffel des Rudels Da kommen noch mehr Kana, wie lange noch Ja Der pfeift hier Der pfeift hier Hehehe Auch wenn ein Gemüse ist, den mag ich ja Gegenüber Gegenüber Gegensatz zu Töern Zurück an die Arbeit, Kanner Wir schaffen das Oh, mit dem Tor bin ich schon lange Bin schneller als ein Kenntauer Da dachte ich mir, ich helfe euch Hehehe Einig schmerzt darauf, dass wir uns nicht einig sind Ja 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 Und das Ja 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 Das ist ja das tor war so weißt ihr uns die 1 1 2 1 1 weg nein die dritte generation Schnell! Da kommt man jetzt nicht mehr rein. Kraftfelder halten nicht ewig. Was ist unser Plan B? Überlasst das nur uns, Stern. Sucht einen anderen Weg hinein und richtet den guten Joko. Brüder und Schwestern! Diesmal roten wir die Seiche aus! Wir können nicht hierbleiben, sonst werden wir zu sehr gemäht verarbeitet. Ich will damit machen, will auch da rein. Tja. Nein, nein, nein. So militärisch. In der Festung gibt es Kanalisationsgitter. Vielleicht können wir das auch was durchführen. Ich folge Ihnen, alles zu Ritlocksposition. Das war ein geiler Film. Ja. Ja. So, ähm. Fangen wir mal. Wo ist der jetzt? Ja, wir laufen einfach mal weiter, ne? Ja. Der ist doch hier runtergesprungen. Auf einmal war er weg. Ja. Ja, wie heißt das? Ich weiß halt, ne? Feige Sau. Nein, auf dicken Noren machen und dann... Ja, ja. Die dicken Noren sind immer echt der beste Ding. So, wo ist jetzt unser Decker da? Da... Da, ich verhang mich hier in den Knochen, oder was ist es hier? Hat es sogar, ne? Nochmal am Knoppenglutsch. Ja, ja. Oh, sieht das hier gemütlich aus. Plop, 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 plop. Aber wenn wir wieder draußen sind, dürfen wir unsere Schuhe wieder sauber machen. So, was haben wir hier? Da hinten ist Braham. So, dann scheint die nichts zu sein. Ne. Lass mich hier doch... Da. Das war leichtsinnig, Braham. Und? Und? Lasst uns Joko finden. Das hab ich mir auch gedacht. Kann nicht sterben. Jeder kann sterben. Die Frage ist nur, wie. Erstmal ein Bierchen. Prost. So, was haben wir hier? Interagieren. So. Ah ja. Wer liegt denn da? Bin ich das etwa? Sieht aus wie ihr. Ja. Habt ihr einen Drilling? Streicht das. Ihr seid ein Drilling. Halt, nein! Ein Vierling? Ich wusste gar nicht, dass ich da so viele Geschwister hatte. Tja. Jetzt erb ich wohl alles alleine. Mwahaha. Was zum... Das seid alles ihr. Aha. Ich wusste ja, dass Joko kann. Er ist gut geschreddert. Ja. Das war mir aber nicht klar. Also meine Feinde verbreitet. Der mag uns wirklich. Aber so ein Maß an... Was auch immer das ist, hab ich noch nie geerntet. Untersuch die Folterkamera. So, was haben wir denn hier zu untersuchen? Mir wird schlecht. Sieht aus, als wäre ich grausam zu Tode gekommen. Immer wieder. Und wieder. Hier hinten war es da. Wo hat er mehr von eurer Sorte aufgetrieben? Hat er seinen eigenen vermoderten Baum? Kommandeur, seht euch das an. Das ist eine Art Ring. Ein uralter Siegelring. Hättet ihr nicht gedacht, dass die noch verwendet werden? Ja, dann schauen wir uns den mal an. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was bewegt das Ding? Konzentriert euch auf den Ring, um seine Versteckkraft zu aktivieren. Das alles ist eine Illusion. Der Siegelring hebt sie auf. Den Geistern sei Dank. Es sind nur gewöhnliche Tote. Ich meine... Ihr wisst, was ich meine. Das hat keiner verdient. Geht weiter in die Festung. Ah, hier. Das ist dein Siegel. Jetzt. Und dann? Oh, auch da. Okay. Hm. Welchen Sinn haben Fallen, wenn man sie sehen kann? Abschreckung vielleicht? Ich glaube, man könnte wohl sagen, Joko hat das vorausgesehen. Also, es zählt wahrscheinlich zu den... Ne, Laserfallen nicht. Wir haben Scherfzee und ich sorge für Rückendeckung. Okay, kurz schauen, wie die Bremse... Du musst jetzt bis zum nächsten Siegel praktisch durchkommen, ne? Ja. Okay, die brennt dann immer über Eck, oder? Sehe ich das richtig? Auf der anderen Seite ist Eis. Ich glaube, das ist auch nicht rüber. So, hier darf ich ja stehen. Ich glaube, da wurde ich jetzt gerade getroffen. Und irgendwo ist dann wieder so ein Siegel. Auf dem Feld kannst du dann auch stehen bleiben. Da. So, das hier. Ja. Autsch. Was greift mich denn? Hier greift mich Gegner an. Gut. Lieber ein anständiger Kampf als ein Haufen Tricks und Fallen. Euer Ende ist neu. Erfrischend. Bin schneller als ein Centaur. Das ist beleidigend, Kommandeur. Ich lade euch zur größten Schlacht ein, die die Welt je gestürt hat. Und ihr kreuzt hier mit einem dümmlichen Norn auf. Ihr sollt euch noch eine Mühe geben. Meine Gefolgschaft steht vor eurer Tür. Oh, wie schreit. Bald schon ist es jedoch meine Gefolgschaft. Ich hoffe, ihr fühlt euch wie zu Hause. Ich habe so viel Zeit mit den Vorbereitungen verbracht. Endlich ein Grund, das gute Geschirr herauszuholen. Genug der Warterei. Joko langweilt sich. Legen wir einen Gang zu. Der Lichert recht. Schluss mit dem Almanhalten. Es gibt auch immer wieder Zahler. Ja. Also wir sollen uns ja auch immer alles anhören anscheinend von dem. Ja, ja, ja. Halt! Einem leeren Korridor ist nicht zu trauen. Äh, die Laserfallen kann ich aber sehen. Ihr seid die mit dem schicken Moment. Ich lasse euch den Vortritt. Noch mal weiter. Warten wir mal kurz. Weiter kann ich das Ding nicht drehen. Gibt es noch ein weiteres Segel hier? Nö, muss durch die Fallen und über die Fallen. Also die Fallen gehen auch immer kurz mal weg. Okay, da hinten sehe ich das weiteres Segel. Da musst du praktisch hier rüber dobsen. So, da kann ich springen. Die sind immer kurz mal weg. Ja, das mache ich aber ja nur dann, wenn ich auch das wirklich aktiv habe. So, achso und hier kann ich jetzt. So, jetzt prüfe ich gerade noch mal. Nee, sind noch nicht alle. Nee, das ist jetzt nur der erste Schritt. Wir warten hier mal ganz gechillt. Ja, das Ding immer wieder anzumachen, ist etwas nervig. So, und kein Siegel zu übersehen. Oh, jetzt nicht sicher, ob ich... Nö, noch nicht getroffen. So, jetzt sollte... Läuft mal kurz nach. Er läuft. Ja. Und immer wieder gucken. Ja, ja, auch ich. Hier sind erst mal keine. Ich gehe euch, meinen Liebsten, erweckten. Seht nur, was wir sehen, wenn ihr in den Beinen habt. Oh, ja. Da kommt mir vor, wie... Da hinten steht er. Ähm, wie heißt dieser Kerl, der die menschlichen Körper konserviert und ausstellt? Mal, Leipzig, mich im Reich der Verlorenen zurück. Der Präparator. Ja, Präparator. Es gibt aber einen Künstler. Ja, 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 ja. Von Hagen oder so. Ja, von Hagen, ich meine Armee gestohlen habe. Aber jetzt leckt sich wie ein bisschen da. Du bist aber auch etwas am Jammern hier, Joko. Wo willst du eine Armee da, wenn man sie nicht zum Kämpfen einsetzt? Ja, ich muss schon sagen, die Geisterarmee war eine tolle Überraschung. Sie wird zwar nichts bewirken, war aber doch ein Robert, der ist ganz schöner. Ja, ja, ich bin neugierig. Wir sind schon seit acht, also, ja, also, acht, kurz nach acht und da war nichts los. Ich werde euch den Kopf verpreisen. Achte ich's mir. Macht nur weiter. Ich bin gleich um die Ecke. Wie ich diesen Kerl hasse. Hahaha. Das teilen wir uns. So, jetzt schauen wir mal wieder. Okay, Flammenfallen. Und auch Laserfallen. Oh ja. Flammen und Laser. Okay, dann gebe ich mir nochmal eine kleine Minute extra, um zu schauen, ob die Punkte... Macht das ordentlich, braucht den Erfolg auch noch. Hahaha. Kein Druck. So, zack. Hopp. So, hier ein. Nee. Ich dachte, das würde gut riechen. Nach Keksen oder so. Es riecht aber widerwärtig. Ah, nun ja. Wörtlich einmal kurz auf. So, hier eine. Nein. Ach, kommt, ihr blöden Fallen jetzt. Geht aus. So. Ups. Nicht in der Laserpfeile, aber... Also, ich kann nur Wiederbelebungskugel. Ja, warte. Ich versuche mal hinzukommen. Nee, dann würdest du... Kannst du den Ring noch benutzen? Oder... Ist ja gestorben. Äh, Fallen. Ja, okay. Ich kam nicht schnell genug drüber hinweg, aber ich kann da Wiederbelebungskugel, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ja, gut, dann mach das. Nur kurz warten. Annehmen. Und dann schnell springen. So. So. So, jetzt habe ich da hinten aber keinen vergessen, oder? Nee. Das ist, glaube ich, zu viel für meine Grafikkarte und UBS. Da schwimmt ein Bild. Erfrischend. Schwimmbild. Gleich ist hier so ein Rande. So, es klappt da. Ah. So. So. Immer noch nicht. Nee, ich habe da irgendwo was vergessen. Ich weiß nicht nur an, ihr seht aus wie eine befreundene Köstlichkeit zum Anleißen. Ja, vielleicht die noch weiter vorne, da muss noch eine sein. Nee, hinter dir ist eine. Hinter dir leuchtet ein Punkt bei mir auf. Ja, ich muss noch mal zurück. So. So. Spürt die Wut. Die kommt aber auch extrem fix hier. Ich habe noch eine Kugel. Die wird jetzt tatsächlich genommen. Nee, die ist doch... Die wird doch in dem anderen Raum angezeigt. Nee, wenn du anmachst das Ding wieder, dann wird sie da wieder angezeigt. Siehst du? Moment. Und wieder tot? Ja, ach da. So, Geschichte fortsetzen. Da. Es ist halt glücks, ne? Ob das gerade bei der Wiederbelebung nicht gerade an ist. Diese Feuer fallen. Oh, 6%. Heil dich mal. Ja, ich bin dabei. Ja! 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 Nein! Fuck! Gerade angegangen. Mist. Schade. Also für mich wird es mit dem Erfolg nichts mehr. Ah, und jetzt habe ich hier aber... Ah, kurz davor. Jetzt ist er aus. Naja. Ah, so Mist. Ärgerlich, ärgerlich. Ui. Gehnt nach Wurz. So, aber ihr solltet ja noch den Erfolg potenziell haben, oder? Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn man sich selbst macht. Es steht noch nicht, ob es geschickt, und wenn die Scheme geht, Leser fallen bei mir, und... 1 ist gerade weggeplumpt ist der echte Joko hier, Joko hier ist immer Jokos letztes hier gelabert jetzt zähle sogar für euch mit 30, 29 28 15 14 ach, das dauert viel zu lange 5, 4, 3, 2, 1, ihr habt verloren hahaha und Jokos Witten das war doch nur ein Scherz im retten der Welt seid ihr grauenvoll so ja, da guck mal lieber nochmal ob wir fallen sind da sind keiner redet hier nur das getröbel winziger Stiefel er sollte hier irgendwo sein tja kontaminarium hat ja schon interessante Namen naja, hier gibt es auch nochmal was sind das hier denn für ah, bei dieser Köpfen so auch die Platten ja ja, aber hier sind halt diese Laser tatsächlich die hier auf der Strahlung du musst vorher erstmal hier mit interagieren, oder? damit du damit er überhaupt noch schaltet ja ja dein Schutzzauber muss sich irgendwie deaktivieren lassen so, und das wird bestimmt die Hinsen nicht richtig aus vielleicht sollen wir sie neu anordnen so, schauen wir mal muss ein ordentliches Bild halt ergehen ja platziert diese hier dort ist es so richtig? so, aber ich glaube an dieser Stelle sagen wir kurz mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge tschüss tschüss